Es geht weiter nach wie vor 12 zu 10 für die deutsche Nationalmannschaft und wir freuen unsere Teams immer wieder an, die belgischen Fans hier und die deutschen Fans mit einem kräftigen Applaus! Vielen Dank! 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 Hallo! Hallo! Achtung, Achtung, da sei kein Schürz oder gar nichts. Achtung, Achtung, da sei kein Schürz oder gar nichts. Achtung, Achtung, da sei kein Schürz oder gar nichts. Achtung, Achtung, da sei kein Schürz oder gar nichts. Achtung, Achtung, da sei kein Schürz oder gar nichts. Achtung, Achtung, da sei kein Schürz oder gar nichts. Vielen Dank. 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 Alles gut. Vielen Dank. 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 ... ich bin mir leid, aber die Belgier sind totale Mösen, oder unsere sind einfach superbrutal. Wie oft die auf dem Boden liegen, es geht auf keine Kuhhaut. Wenn sie mir das Abwehrspiel spielen, weiß ich nicht. Nur die harten Komikanten sind doch keine Ballerinas. Die Harten sind doch keine Kuhhaut. Zum an zwei Mal. Raus! Vielen Dank. 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 ... 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